Hallo People! Schauen wir mal, wo wir sind. Ich habe heute mein Santa dabei. Mein Hiller habe ich Stefan und die anderen ausgelähnt. Ich denke, ich gehe heute sowieso nicht mehr fahren oder das Wochenende. Aber ja, wie es manchmal kommt, kommt es manchmal anders. Darum sind wir heute hier in der Lenzerheide. Ich bin ein bisschen früher hier. Ich bin ja eigentlich immer früher hier. So, jetzt können wir dreimal raten, wer auch wieder am Start ist. Meine Frage ist, wer ist es? Es könnte ich sein. Es könnte er sein. Sie ist es auch. Wahrscheinlich eines der letzten Sommertäge. Bike Kingdom. Noch mal ein bisschen hüpfen. Bremswellen des Grauens. Ein kleiner Park Day mit Fabian. Heute werde ich noch den Fabian ein bisschen filmen. Da bin ich jetzt froh, dass ich es zu mir raus stehe. Ja, ja, ja. Primeline. Jetzt mit dem Fabian. In front. Oh, yay. Oh, yay. Hey, geh mal. Ja, ja. Da ist er nur. Let's go. Go, 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 go. No. Haha. 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 Da. Mhm. Haha. Ja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Janes out. Easy. Es ist kalt. Aha, ich gehe schnell runter filmen. Das ist super. Ja, los. Fahrst du voraus? Es nimmt mich jetzt Wunder. Ja. 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 Sollen wir das mal ein wenig durchziehen? Mit dem Corner. Ja. Also ich fahre dir einfach alles nah. Ja. Let's go. Ja. 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 Nein, nein. Wundigeng am Start. Ui! Scheisse! Alles gut! Ciao! Ciao! Hallo, ich bin Mario! Also, let's go! Nimmst du den Gross, ich nehme den Kleinen. Ist gut? Er will seinen Wechsler einfach immer kaputt machen! Ich bin Mario! 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 Das war's für heute. Du bist fiel! Du bist fiel! Ah! Fabian. Kommt aufs Video. Ja geil. Heute hast du gerockt, oder? Ja. Schau mal, wenn ihr euch fragen wollt, dass der Fabian eigentlich fast nie mehr dabei ist, dann haben wir hier ein Kindersitz. Und das ist der Grund. Aber es ist ein schöner Grund. Ja, es war mega cool. Heute habe ich sehr viele Sachen gemacht, die ich noch nie gemacht habe. Einfach durchgezogen und motiviert gewesen. Sachen, die ich eigentlich anders erwartet habe und neu geshapet worden sind. Einfach durchgezogen. Es hat ein paar heftige Sachen drin. Kannst du jetzt an Benni sagen, dass du auch einmal gut fahren kannst? Benni, du wirst es im Video sehen. Ja, du hast es gesehen, weil es ist ja der Schlusszeit. Ah ja. Du hast es gesehen im Video. Ja, also geil, sind wir wieder mit dabei gewesen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.